Simon, du hast, glaube ich, den Vorzug vor dem Busfahrer heute bekommen, weil du fitter bist, um es scherzhaft zu formulieren. Das war wirklich scherzhaft. Ich war ziemlich K.O. am Ende. Du hast aber dafür, dass du eigentlich der Athletiktrainer bist, ein gutes Spiel gemacht. Was meinst du? Ich sage mal so, ich freue mich zu dem Einsatz, den ich bekommen habe, aber nicht, weil ich ihn mir verdient habe, sondern weil es einfach personell nicht anders ging. Ich muss zugeben, ich habe mich trotzdem darüber gefreut über den Einsatz und ich denke, ich habe mein Bestes gegeben und freue mich auch über die Leistung und über den Sieg. Du hast ja sogar ein Tor geschossen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du es gemacht hast? Naja, es ging ein Ball raus zum Ole Schröder, der flankt ihn rein. Ich denke, ich habe in dem Moment den richtigen Weg gewählt und musste nur noch meinen Kopf hinhalten und drin waren. Fazit von der Saison. Aus deiner Sicht als Athletiktrainer, du hast ja natürlich zum Schluss deine Spieler nicht so hart herannehmen können, kann ich mir denken. Das ist wohl richtig. Ich muss auch zugeben, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist, weil so habe ich die ersten zwei Saisons mit deutlich weniger Verletzungen einfach noch nie erlebt. Und daher bin ich froh, dass sie erst jetzt diese Saison vorbei ist und blicken auf die neue Saison mit der Hoffnung, dass das anders wird mit dem größeren Kader und dann bin froh, dass es rum ist. Und was kannst du für einen Zukunftsausblick geben auf die neue Saison? Es wird eine andere Saison werden. Mehr kann ich noch nicht sagen. Simon, ich danke dir vielmals für das und wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank auch.